Hallo, ich bin der Sascha. Manche kennen mich auch als Schrömi. Ich bin der Gründer und Macher von POTANANDA und blogge Multimedial auf verschiedenen Plattformen oder auf meiner Website POTANANDA.de über das Ruhrgebiet. Seid ihr ein Unternehmen, eine Firma, eine Marke, habt ihr ein starkes Produkt, eine Idee oder möchtet ihr euch selbst, euer Team, euren Verein oder was auch immer vorstellen, dann seid ihr bei mir mit POTANANDA an der richtigen Adresse. Denn ich biete euch mit Know-How und Equipment meine Zusammenarbeit an. Habt ihr Lust auf eine Kooperation oder habt ihr einen Auftrag? Dann zögert nicht, ladet euch gleich unter POTANANDA.de slash Kooperation mein Mediakit herunter und schaut euch meine Dienstleistungen, die Produkte und auch die bisherige Zusammenarbeit im Pressespiegel an. Neugierig geworden? Kontaktiert mich gerne, schreibt mir, ruft mich an und wir arbeiten gemeinsam an eurem Projekt. Ich freue mich drauf, euer Schrömi von POTANANDA. Mond 1 Und jetzt schon mal, schreibt mir, ruft mich an und take da und runter. Einige, Applaus darf mich. Hau, ich bin der Parkausen. Ich bin der Parkausen. ich bin der Parkausen. Vielen Dank.